Hallihallo hallöhlich, ihr verrückten Menschen da draußen, drin, wo auch immer, in Höhlen, ich hab keine Ahnung. Ähm, ja, es ist schon wieder Vlogzeit. Hab ich das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich mach, äh, in letzter Zeit auch irgendwie nur noch ein paar Vlogs. Nein, was ich nur kurz sagen wollte, ich muss es zwar nicht, aber ich mag's halt, das ist so meine Art, weil ich mag es halt, den Kanal, beziehungsweise die Leute, die sich das Ganze angucken, immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Wollte nur mitteilen, dass ich mich jetzt für ungefähr eine Woche im Urlaub, also im arbeitstechnischen Urlaub, keinen YouTube-Urlaub, sondern richtig im Urlaub befinde und aufgrund dessen keine Videos machen kann. So, ja gut, Urlaub so gesehen ist es in dem Sinne eigentlich auch nicht, weil es geht hoch in den Norden und lange Haare und Festival und so. Es geht nach Wacken, ganz einfach. Es geht ganz einfach nach Wacken. Nee, und für die Zeit kann ich dann eben keine Videos machen. Ich hätte zwar was vormachen können, aber, ähm, da, da hatte ich dann ehrlich gesagt nicht so die Lust drauf. Weil das Ganze würde mich stressen und ich will gern Videos machen, wenn ich da Bock drauf habe und die Zeit dazu definitiv habe. Und momentan ist es sowieso alles ein bisschen hektisch, wegen Sachen einpacken, wegen der Arbeit noch gucken, wegen den Schichten momentan, weil wir neue Leute haben und deswegen lasse ich das erstmal. Gönn mir die Zeit auf jeden Fall. Trinkt das ein oder andere Bierchen auch auf euch, weil der kleine Kanal, der besteht ja jetzt schon so seit fast einem knappen Jahr. Feiert das dann natürlich auch so ein bisschen. Und seht euch dann. Jetzt muss ich gerade mal gucken, welches Datum das ist. Das ist jetzt der... Dann komme ich zurück. Bis zum 8. habe ich Dienstag, der 9. oder Mittwoch, der 10. August wird es dann wahrscheinlich sein. So, bevor es dann das neue Video gibt. Nur so als Information. Ich weiß, es ist nicht nötig, aber ich mag es einfach so. Ich mag es euch, über Sachen zu informieren. Ich mag es, die Leute auf dem aktuellsten Stand zu halten. Deswegen mache ich das einfach. Deswegen so. Ich wünsche euch, wenn ihr auch da seid, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns treffen werden. Keine Ahnung, wer weiß, was der Zufall so alles ergeben wird. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und seht euch dann erst im August wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Und bis denn. Adieu. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif.